Seit dem 23. November lässt der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg die abgenutzten Spielgeräte des Spielplatzes am Neubau in Diesdorf austauschen. Voraussichtlich bis 18. Dezember kann der Spielplatz deshalb nicht genutzt werden. Das Areal ist in dieser Zeit durch einen Bauzaun gesichert. Der Eigenbetrieb SFM bittet dafür um Verständnis. Die Arbeiten beginnen mit dem Abbau der alten Spielgeräte, die 19 Jahre alt sind. Die neuen Spielgeräte greifen das Thema versunkene Stadt auf. Auch der Fallschutzsand wird auf dem gesamten Spielplatz ausgetauscht. Die Kosten betragen rund 50.000 Euro. Die Erneuerung der Spielgeräte wird durch eine Ablösesumme im Rahmen der Umsetzung eines städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplangebiet Nummer 368 1a Kümmelsberg-Westseite finanziert. Der ursprüngliche Spielplatz wurde im September 2001 eingeweiht.